Herzlich willkommen zum Video über unsere neuen Fertig-Stahlvorfächer. Beginnend möchte ich ganz gerne einmal mit der Verpackung, wie man auf den ersten Blick erkennen kann. Wir verwenden seit neuestem einen Trap-Blister. Ein einfacher Vorteil hinter diesem ganzen Prinzip ist, dass wir weniger Plastik verbauen, da nur noch der Artikel in sich wirklich geblistert wird. Auf der Verpackung vorne, die übrigens im komplett neuen Design veröffentlicht wird, könnt ihr hier sehen, dass wir den Namen des Produkts haben, die Lauflinge, die Tragkraft und natürlich den Durchmesser des Stahls. Auf der Rückseite findet ihr auch immer noch eine Illustration über den Einzelartikel. Insgesamt umfasst die Range sieben unterschiedliche Produkte. Angefangen mit dem Stahl direkt auf der Spule sind hier zehn Meter unterschiedliche Tragkraft natürlich. Klemmhülsen sind auch gleich dabei. Also ab ans Wasser montieren für diejenigen, die lieber malen Stahl auch selber binden wollen. Bei unseren Fertig-Stahlvorfächern unterscheiden wir in 1x7 und in 7x7. Das 1x7 Stahl bieten wir als Standardversion an mit einem einfachen Snap und einem ganz ganz einfachen Tönnchenwirbel am Ende. Natürlich auch einmal mit Einzelhaken für die Zander und Aalangler unter euch, mit der ganz einfachen Schlaufe zum Reinknoten oder ihr könnt den Wirbel einfach daran befestigen. Und natürlich einmal mit einem Rollingwirbel, mit einem Dreifachwirbel. Unsere Expert-Version, das 7x7 Stahl bieten wir natürlich auch einmal als Standardausführung an mit einem Snap und einem Tönnchenwirbel. Aber auch mit einem Einzelhaken für die Raubfischangler unter euch und natürlich für die Großfischjäger auch mit einem Drilling. Wenn ihr auf der sicheren Seite beim Raubfischangeln sein wollt, geht definitiv mit unserer neuen Trophy Stahlvorfachserie.